Hey, hier ist Lisa und es gibt wieder einen Vlog von mir. Wir fahren nämlich zu Comic-Con in Dortmund und ich freue mich riesig. Ich fahre mit meiner Mutter dahin und es ist mein erstes Mal auf einer Comic-Con. Wir sind am Samstag da und ich habe ein Ticket für ein Foto mit David Tennant, weil da kommen ja ganz viele Schauspieler hin und so. Ich freue mich riesig, weil ich mit ihm aufgewachsen bin und ich nehme euch mit auf dieses Adventure, um euch mal die Comic-Con zu zeigen. Und es geht jetzt auch schon los. Wir fahren nämlich jetzt nach Dortmund oder in die Nähe von Dortmund und übernachten bei einem Campingplatz. Und ja, let's go! Hello, wir sind in Dortmund angekommen auf den Campingplatz und wir stehen einfach auf dem Berg und es ist windlich. Aber ich freue mich und morgen geht es dann los. So, es ist jetzt Samstagmorgen und wir sind schon unterwegs zur Messe. Wir haben uns fertig gemacht und haben unsere schönen Dr. Who T-Shirts an. Die zeige ich euch ja nochmal. So, wir sind in der Messe angekommen. Es war eine riesen Schlange. Aber ja, jetzt sind wir drin. Wir sind sofort zur Halle 3 gegangen wegen dem Fotoshoot und hier sind schon mega viele Stars. Also hier von Vampire Diaries. Okay, vielleicht raste ich noch ein bisschen aus, aber der Grund, warum ich halt hier bin mit meiner Mutter ist ja wegen David Tennant, weil ich hier halt einen Fotoshoot mit dem hab. Ich warte ja auch schon, ich bin die erste, geht erst in zwei Stunden los und dahinten ist halt sein Stand und er ist eben gerade legit neben mir, wirklich, wirklich neben mir an mir vorbeigelaufen. Ich nur so, er nur komplett uninteressiert. Der Security Guard hat mich nur so angeguckt, hat mein Gesicht gesehen und dann so und hat nur gelacht und ist weitergegangen. Und die sind jetzt am Autogramm Stand und so weiter und ich bin so excited. Der war einfach, ich hab den einfach schon gesehen. Ich hatte eben das Fotoshoot mit David Tennant und oh mein Gott, es ging so schnell. Also es ist wirklich schneller als erwartet. Und ich hab dann nur noch schnell gesagt gehabt, hingestellt. Die haben gesagt, so Abstand halten und so weiter. Er kam erst mal richtig nah an mich ran, dachte ich mir so, das ist kein Abstand halten, aber ich nehm's. Und dann hab ich nur noch schnell rausgekommen, bevor das Foto gemacht wurde, so Happy Late Birthday und hab so gelächelt. Und dann ging das Foto und zack und dann hat er mich nur so angeguckt und meinte so, That's very kind of you. Thank you. Und dann musste ich halt schon wieder gehen, aber es war so cool. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir waren jetzt auf der ganzen Messe und ich bin ganz happy, ich habe das gefunden, was ich finden wollte. Also das seht ihr schon, ich habe das ausgepackt schon. Ich habe nämlich einen Rucksack gesucht, wo ich meine ganze Penso Pro reinmachen kann, damit das schön aussieht. Und ich habe... 3, 2, 1, los! So, wir sind wieder draußen. Wir haben gerade noch die Bühnenshow von David Tanguk mitgeguckt und jetzt fahren wir auch wieder nach Hause. Also vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Und danke fürs Zuschauen!